Hey Leute was geht ihr damit? Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf diesem Kanal. Sofort und gleich wieder Leute. Heute sind wir am Start und zwar fängt jetzt die Season 7 an. Die Season 7 ist am Start. Jetzt starten wir mal das ganze Spiel. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier den wechseln. Genau, so. Jetzt wird gleich das Spiel gestartet. Ich guck mal schon mal. Oh mein Gott, sieht das krank aus. Alter, dieser Loading Stream, wenn ihr den jetzt sehen könntet, was leider gerade nicht der Fall ist. Aber wenn ihr das jetzt sehen könntet, oh mein Gott, wie geil ist das bitte. Wie geil ist das bitte. Oh mein Gott, wie einfach dieses Flugzeug ist mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mit allen Battle Pass Skins. Oh mein Gott, sieht das so nice aus. Wir werden direkt eine Runde spielen und die werden wir dann hochladen als separates Video Leute. Also dieses Video wird jetzt nicht das mit dem Gamehead sein, sondern das wo wir jetzt den Battle Pass uns kaufen werden. Mit 25 Stufen, nicht 28 Stufen, mit 25 Stufen. Und ja, wird jetzt einfach nur eskalieren. So, gleich werdet ihr jetzt aussehen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, da ist es, da ist es. Leute, ihr seht den Loading Screen. Ihr seht ihn, oah, 7.0 unten. Haha, ich bin so gehalten Leute. Ich habe jetzt eine Dreiviertel Stunde lang gewartet, bis das Ding geupdatet war. So Leute, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Schwimmst du, oder? Nein, ich nehm kann auch. Boah, guckt es dir an. Huuu, creative! Ja! Wir werden jetzt erstmal ganz kurz im Battle Royale unseren Battle Pass kaufen. Wir werden nämlich in der ersten Stunde den Battle Pass kaufen, diese Insel gratis. Für mich ist es nicht sicher, ob es nur die erste Stunde ist, aber... Oder am ersten Tag einzuwandeln. So, jetzt gucken wir uns erstmal den Trailer an. Erstmal so richtig genießen. Der Nussknacker-Skin kommt wieder zurück! Das ist eine Kuckuck-Spur. Die kommen alle zurück, die ganzen Skins! Oh mein Gott! Ach, Trauswadu! Jetzt kommt das, was jetzt auf der Web neu sagen wird. Ne, der Biene wahrscheinlich. Die kommen alle zurück! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das wird teuer. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist der originale Trailer! Ja, ich hab schon direkt 5 Stufen bekommen, oder? Was interessieren uns alle? Oh, das ist schon noch... Ja, Season 7 Battle Pass, blablabla... Ja, erstmal gucken, gucken, gucken... Wir kaufen uns den direkt! Erstmal kaufen! Erstmal direkt kaufen! So, dann werden ja die Items direkt gezeigt. Oh mein Gott! So, was haben wir hier? Wir haben ledigliche Stufe, Level 31. Also, wir haben jetzt hier 50 diesen Personal XP Boost. Normales Brand XP Boost. Den... Den... Den haben wir! Der ist nicht auf... Doch, der ist... Der ist... Auflevelbar! Nice! Der auch! Also, die ersten beiden Skits direkt auflevelbar! Battle Pass Challenges! Style Challenges! Yo! Personal Boost! Five Tears! Gucken wir mal... Was ist das? Rap? Was soll das denn bei? Ja, es soll um... Waffen... Also, irgendwas hab ich gesehen in diesem Teaser, dass man auch Waffen und so weiter... Das passt total gut zum Arctic-Skin! Dass man da... Äh... Das man da jetzt auch Skins zu überlegen kann... So... Oh, wie süß! Es soll auch neue Tiere geben... Neue Pets... Okay... Was? Gold? Lab? Aha... Also, wir haben es ja schon im Teaser gesehen... Da werden alle Skins zurückkommen... Ja, der Hamster! Genau! Das ist das neue Pad! Geil! 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 Oh! Ice-Hoppy! Okay, ich freu' das jetzt auch mit der Ice-Hoppy! Hine dagegen! Ja, da hat man es gesehen... Also alle Skins kommen zurück! Alle! Und 5 von der V-Bucks! Guck mal, ein einziges Schritt, dass sich nichts verändert! Jetzt gucken wir uns erstmal... Ja, geil! Oh! Die... Ah! Du kannst die Waffen nämlich... Alle! Komm! Alle so... Oh mein Gott! Die sehen so heftig aus! So wie... Ah! Diese ganze Ladungbildschirme! Das haben wir ja alles schon gerade gezeigt! Äh... Was ist das? Da! Dann... Musik! Machen wir die jetzt mal rein! Hier! Hm? Achso, das ist random! Okay, äh... Hier einen Skin... Zweiten Skin... Drittens Skin... Das geht schon wieder... Anlockenden Styles kann man sich die nicht angucken... Ja, kann man, oder? Kann man? Äh... Hä? Ah... Alles unten, oder? Das ist jetzt hier unten, ja... Hä? Das ist die schlimm aus! Sie veräppeln? Gott, das ist die schlimm aus! Sagen wir mal... Deine Mitte... Also ne, wenn du da drauf gehst... Das sind noch 33 verschiedene Styles... Oh Gott! Das sind die schlimm aus! Da sieht der ja in normal besser aus! Was ist denn bei der? Bei der kannst du auch... Bei ihm kannst du auch was... Was gibt's da alles? Das sieht geil aus! Und... Das ist in der Mitte... Clothing White! 350.000 XP! Zeig mal... Geh mal auf... Geh da nochmal da drauf! Hab ich doch mal gemacht! Nein! Da war doch in der Mitte auch noch was! Hab ich doch... Da war ich doch gewesen! Nein! Da runter! Clothing White! So, und da ist da unten drunter... Wow! Ah ja, okay! Das sieht nice aus eigentlich! Alter ist das viel! Man braucht ja so viel XP dafür! Okay! So, und bei ihr geht's glaube ich auch... Ja, bei ihr geht... Es geht ja bei allen! Soll nicht bei dem... Du hast... Hast du nicht gesagt beim Ragnarok und so weiter jetzt auch neue? Neue? Nein, sie ist es nicht! Oh! Oh! Nicht! Was? Äh... Challenges hier ganz unten! Dire! Ach! Du kannst den letzten Wolf noch machen! Ah, geht doch weiter! Ja, ich hab ja alle eigentlich aus... Ich hab alle aus dem Wolf fertig! Weil es hat mich nämlich gewundert... Du kannst den Ragnarok noch fertig machen, ne? Den hab ich doch fertig! Äh, den... Den Omega! Stimmt! Den Omega müsste ich fertig machen können! Ja, den... Da hat mir ja noch die letzte Stufe gefüllt! Wir müssen uns aber gleich mal den ganzen Battle Pass angucken! Ja, das dauert bei mir noch ne Viertelstunde bis das Ganze überhaupt funktioniert! Stimmt! So, dann haben wir hier nochmal die zwei Gleise! Die haben wir ja alles schon gezeigt! Alles blablabla! Wow! Ich liebe Weihnachten, Leute! Weil... Wisst ihr, Leute? Ich werd... Das wird zwar teuer, aber ich kauf mir die ganzen Skins, die mir gefallen! Also das ist einmal der Lebkuchen-Mann! Ja, die Lebkuchen-Frau! Dann diese Nuss-Knacker! Das war's! Die ganzen! Ne? Eins, zwei, drei! Das war's! 5.000 V-Bucks! Oh mein Gott, Alter! Best Value! Wow! 99,99€ für 13.500 V-Bucks! Wow! Ja, herzlichen Glückwunsch! Kauf ich mir auf jeden Fall nicht! Zeig mal die Challenges! Was sind denn die neuen Challenges? Geh mal da rein! Pick up an item of each rarity! Das ist ja voller einfach! Dance in different forbidden locations! Das ist auch einfach! Play Matches with at least one elimination! Das finde ich hart für mich ist das ganz einfach! Stage one, dance on the top of a crown of armies! Oh, da müssen wir sowieso gleich, Leute! In dem nächsten Video werden wir in den Playground reingehen, dann gucken wir uns die ganze Map an! Deal headshot damage to opponents! Stage one, surge ammo boxes in a single match! Und eliminate people in different name locations! Also vergleichen wir schwierig für mich wieder ganz einfach! Ohhhh! Ohhhh! Das ist diese Creative Mode! Oh wie schön! Da, dann kannst du Start the Server am besten, mach das mal! Ja! Oh ja, Start the Server, ja! Weil, äh, ja! Das ist diese, das sind die neuen Inseln! Ich weiß! Das geht! Und soweit ich das gesehen habe, kannst du das tatsächlich... Also wird das wahrscheinlich kostenpflichtig werden für die Leute, die jetzt nicht am Anfang mit dabei sind beim Battle Pass, ja! Das ist so, das ist so mies eigentlich, weil alle Leute sitzen in der Schule, weißt du schon? Ja, ich weiß nicht wie lang das, äh, wie lang jetzt die Frist ist, aber ich hab nur was gesehen, dass das nur an der Bekannten Zeit ist. Vier Stunden! Was ist das denn? Oh, es leckt das! Ich hab 180 im Weg. Ah ne! Ah, da gibt's verschiedene Rifts, okay! Oh mein Gott! Aber das ist nicht das... Du kannst mit Portoforts... Warum denn das ist einer der... das ist momentan das wichtigste Feature in dem ganzen Ding, aktuell. Geht aber auch nicht. Ja, weil du wahrscheinlich noch keine... Du musst wahrscheinlich erst noch eine machen, ne? Ja, warte mal schon. Okay, ne? Warte mal schon. Oh! Build your own fort, not everything you do is safe. Open your inventory! Oh mein Gott! Wie schön! Ah! Ich kann fliegen! Ah! Ich kann fliegen! Copy pickup! Achso! Ah! Du kannst richtig! Du kannst ja richtig! Städte dann quasi bauen. Ja! Du kannst ja Wände machen und so weiter. Du kannst es ja richtig selber machen. Das ist ja quasi wie ein Minecraft in Fortnite dann. Ja! Du musst ja mal gucken, was du alles bauen kannst. Ich glaube, du kannst auch richtig mit Portoforts und so weiter. Achso! Ich hab unendlich Material! Bauen! 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 Ja! Mach ich noch! Jetzt auf der Insel wird er... Ah! Ich bin fliegen! Hallo! Äh... Da merkt man... Un-Kreativen-Hern-Support-Trägis... Memory-Used! 10.000?! Von 100.000?! Was?! Ich hab doch gar nichts gemacht! Bauen! Bauen! Oh! Jetzt wird's weniger. Also es heißt wirklich... Okay, frohe Dinge. Also wie Disney Infinity? So ungefähr, ja. Nur... Kann man hier wollen? Cool! Nee! Aber wie gesagt, es müsste irgendwie eine Möglichkeit geben. Soweit ich das gesehen hätte, kann man auch... Muss es auch Portoforts geben, irgendwie. Ah! Ah, da sind sie! Devices, Weapons, Consumables... Ja, und die kannst du hinschmeißen... Und dann... ... entsteht das draus. Huh! Ja! Ja! Dann kannst du richtige... ... richtige Games draus machen. Mini-Games und so genau. Das soll erstmal alles weg. Das ist meine eigene Insel richtig schön worden. Das ist das. Also die hab ich nicht filmen, die Insel. Ja. Also soweit ich das verstanden habe. Das ist gut. Alter! Ah! Tilted Towers weg! Ich brauche Tilted Towers, glaub ich mal nach. Oder sowas. Ich hab irgendwas geiles. Der bault weg, ich mein komplett eigenes Tribü. Ich kann hier irgendwie... Wie geil! Man kann hier sogar Waffen verteilen! Oh mein Gott! Das ist der geilste Modus, den es jemals gegeben hat. Ah! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott ist das geil! Oh mein Gott! Alter ist das geil. Alter! Aber man kann nur viel so zocken hier. Oh mein Flugzeug! Oh, eyy! Hey, den ersten Stunt geschafft. Flugzeug nochmal aus der Luft geholt. Oh mein Gott. Ey, nein! 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 Ja! Nein! Alter, ist das geil! Nein! Oh Gott, warte mal! Nein! Du kannst nicht wirklich auf die Tragflächen und von dort aus dann schießen und dann weiterfliegen. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Flugzeug, mein Flugzeug, mein Flugzeug! Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott, ist das geil! Ich bin auf dem Kopf! Ich bin auf dem Kopf! Na das... Oh mein Gott, ist das geil! Das richtige Flug-Battles dann! Oh mein Gott! Haha! Wie geil, das ist das geilste Stunt, den wir es jemals gegeben hat! Gibt's Double Pump? Mit Sicherheit nicht. Ich weiß nicht. Ich bin auf dem Kopf! Ja geil, das war wirklich gut! Oh mein! Ist das geil! Ist das geil! Ist das geil! Ich bin auf dem Kopf! Okay, wenn euch das noch nicht gefallen hat, dann wünsche ich mich sehr bei der Galata-Frau und bis dahin und tschüss! Ja gleich!